Sport spricht alle Sprachen und überwindet Grenzen. Sport verbindet. Integration durch Sport mit dem BLSV. Volleyball hat mein Leben unglaublich positiv beeinflusst. Es ist die zweite Liebe von mir und auch die zweite Familie. Durch den Sport bin ich offener geworden gegenüber anderen Kulturen. Das hier bedeutet mir ein einmal wöchentliches Treffen mit vielen netten Menschen, die jetzt unter anderem andere Sprachen sprechen. Meine Mannschaft ist wie eine Familie für mich und ich mag sehr, hierher zu kommen. Gerade da, wo Sprachen eine Barriere darstellen können, hilft Sport dabei, Menschen zusammenzuführen. Das Programm Integration durch Sport im Bayerischen Landessportverband schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich freue mich sehr, dass wir der IDS, der BLSV und der Sportservice Nürnberg uns unterstützen. Zwei neue Trainer bieten dreimal pro Woche Training an, es entstehen Freundschaften. Die Sportvereine und Verbände in ganz Bayern bilden die Basis für die soziale Integration von zugewanderten Menschen aus der ganzen Welt. Menschen, die gerade hier nach Deutschland kommen und eben hier Fuß fassen, glaube ich, ist Sport wirklich etwas, was einem auch Halt gibt. Und deshalb halte ich Sport für sehr, sehr wichtig, um schnell integriert zu sein. Das Programm Integration durch Sport verstärkt die weitere interkulturelle Öffnung. Aus zufälligem Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft wird ein zielgerichteter Prozess. So entstehen Freundschaften und Verbindungen auch über den Wettkampf hinaus. Vereinsport ist Nummer eins für die Kinder und Jugendlichen. Die kommen erst mal zu uns im Verein und die sehen, wie es hier abläuft. Erst mal die lernen auch gegenseitig, die lernen auch deutsche Sprache. Die bekommen Unterstützung von Trainern, von Sportkameraden und natürlich ist das ganz wichtige Schlüssel für Integration insgesamt. Bereits seit mehr als 30 Jahren engagiert sich der BLSV mit vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen um die Integration zugewanderter Menschen. Neben der Informationsvermittlung und Beratung ist auch die finanzielle Unterstützung ein wichtiger Baustein des Programms. Wie der Name unseres Programms Integration durch Sport bereits sagt, ist eins unserer größten Ziele die Integration in und durch den Sport. Die Vereine, die sich in der sportlichen Integrationsarbeit engagieren möchten, werden dabei natürlich von uns in vielen Bereichen unterstützt. Wir möchten heute, morgen und auch in Zukunft durch das Programm allen in Deutschland lebenden Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme sowohl im sportlichen als auch am sozialen Leben ermöglichen. Die gewonnenen Erfahrungen im Sport können dann von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen auf das soziale Umfeld außerhalb des Sportvereins übertragen werden. Die sozialen Bindungen stärken so die Einbindung in die Gesellschaft. Für ein gemeinsames Ziel. Vielfalt verbinden. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.